so es ist wieder mal so weit eine weitere soli tip verlässt die werkstatt dieses mal eine sensifast soli tip nummer 7 in neuneinhalb fuß ist ein sondermodell eine sonderanfertigung die hat einen powerfaktor von 5,45 wie gesagt es ist eine soli tip hier oben ist das stück das ist natürlich farblich auch zum blenk angepasst und dazu bekommt der kunde auch noch eine soli line in dem fall eine intermediate mit dem standard belly also eine vollleine mit einem schwimmenden rückteil und einem intermediate kopf vorne dran in der schnurklasse 7 das besondere an dieser route ist auch der rollenhalter den hat sich der kunde also persönlich herausgesucht aus einer vielzahl von anderen rollenhaltern hier mal ein kleiner blick was denn alles zur verfügung steht im augenblick die werden alle noch für die messe jetzt hergerichtet in der schweiz und hier noch ein blick auf die neuen schnurhalter die jetzt noch in der testphase sind im augenblick so die route wird jetzt verpackt und dann geht sie auf zum kunden und dann würde ich mich freuen wenn es ein tolles feedback gibt und wenn wieder was anstehen sollte sie wissen wo ich zu finden bin danke tschüss bene b b b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020